Ungefähr so wie da. Das war dann mein Zeitalter, da hab ich dann rumgezockt. Damals! In ferner, ferner Zeit! Oh Gott! Ich fühl mich jetzt so alt! Ich tanze grad. Naja, okay, meine Hände tanzen leider weniger. Vielleicht sollte ich die mal austauschen, wär auch nett von mir, oder? Naja, muss ja nicht sein. Aber ich mach's trotzdem. Vergiftungsjahrs! Da stehen lauter Chemikalien rum neben den Babys! Und das soll eine Erzieherin sein! Achso, bin ja ich! Ja, ist super gut! Mama! 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 Süß! Süße kleine Fritzchen! Ah! Ich fühl mich super! Das könnte besser laufen. Ähm, ja. Na, 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 na! Strafen! Okay. Vielleicht ist es doch nicht das. Oh, Leif, man müsste halt mehr speichern, ne? Nein, da steht auch speichern. Okay, egal! Jetzt hätten wir es jetzt stressmäßig weiterzucken können. Aber darauf hätte ich sowieso keinen Bock. Lassen wir das mal, Leute! Lassen wir das mal! Aha! Ich mag's lieber so. Das ist viel süßer. Aber die hat ja auch eine schicke Frisur. Und sie ist recht. Ich hab sogar noch meine erste Locke. Also, ich hab meine Milchzähne. Da war ich auch. Die voll in der süßen Truhe. Die ist nämlich voll süß. Ähm, und meine erste Locke. Ja. Falls euch das interessiert, ich hab momentan so kackblonde Haare. Also, ihr kennt das so. Blond und braun gemischt. Hellbraun oder doch dunkelblond. Irgendwas in der Mitte. Das ist so eine komische Farbe, die ich überhaupt nicht mag. Und, ähm, ja. Das hab ich gerade. Und da hab ich mir jetzt blonde Strähnchen reinziehen lassen. Und jetzt sieht's ein bisschen besser aus für dich. Ja. Das wollte ich eigentlich nur sagen, weil mir grad sowieso kein gespriches Thema einfällt. Deswegen wollte ich euch das noch kurz sagen, Leute. Wenn's jemand interessiert, wenn wir grad beim Thema erste Locke waren. Damals hatte ich... Okay, Strohblond jetzt nicht, aber mittelblond hatte ich. Damals. In langer Vorzeit. Oh, du, oh, du. Bium. 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 Tadam. Tadadam. Ah, es hat echt funktioniert. Ja, das ist ja auch schön. Ich lausche jetzt ein bisschen die Musik. Und danse, 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 danse. Wow, pfff. Haha, süß. Schon süß. Schon süß, so gemachtes Spiel. Aber, hm. Dann haben wir bestimmt... Ah. Blablabla. Äh, ähm. Was soll ich sagen? Ab einer bestimmten, ähm, Anzahl von Tagen, die man da gespielt hat, wird so richtig fies. Das habt ihr jetzt auch mitbekommen. Also, meine Empfehlung, nur die erste Woche spielen. Ein bisschen zweite Woche noch. Äh, ne. Ist klar, oder? Ja, wollte ich nur gesagt haben, wie ich das so sehe. Und... Ob es euch interessieren könnte... Keine Ahnung, ob es euch interessiert. Weiß ich doch noch nicht, aber... Wenn es euch interessiert, kann es euch ja interessieren. Ich bin grad hier nun hergerissen eigentlich. Wie viele Minuten hab ich eigentlich noch Zeit? Ich war grad noch auf das Baby. Jetzt, ähm, guck ich mal, wie viele Minuten ich gesagt hätte. Aha. Noch drei Minuten. Dann würde ich den Tag spielen. Und das mit der Babysitterin könnt ihr ja dann noch selber ausprobieren. Wenn ihr Bock drauf habt. Ob die Bart mal kommt. Und mir das vielleicht sogar in die Kommentare schreiben. Weil ich wäre eigentlich auch daran interessiert, weil... Nö und so. Pfff. Die ist da. Was aber wollte ich ja eigentlich? Ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Halt, dass ihr das auch mal ausprobieren könntet. Und wenn ihr es dann ausprobiert habt, mir das in die Kommentare zu schreiben. Wie das dann so abgelaufen ist. Ob die dann überhaupt mal aufgekotzt ist. Die tolle Babysitterin. Ich mache hier gerade das, ähm, das... Zeichen für... Dingsbums. Was wollte ich sagen eigentlich, dass... Wie soll ich das sagen? Naja, egal. Ihr habt an meinem Ton gehört, wenn ich das Zeichen nicht gemacht habe. Dieses Spiel. Oder was habe ich gesagt? Egal. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ha. Ich hab mich grad voll verhasstet. Mir ist das egal. Nö, nö, nö. Manche Let's Player laden ja, ähm, Tags nicht hoch. Also Tags, die sie aufgenommen haben, nicht hoch, weil sie gefailt haben. Alter, müsste ich dann alles weglöschen, oder was? Dann würde ich auch alles weglöschen, wenn ich so eine wäre. Bin ich aber nicht. Mir ist das egal. Hehe. Ich will euch ja nur unterhalten. Ich muss ja nicht die Pro-Gamerin schlechthin sein. Ich bin ja mehr so die... Fail weg, was geht. Jo. Oh, oh, i, a, u, i. Nach dem Tag unbedingt Schluss machen, ey. Oh, das wird richtig knapp. Richtig knapp, Leute. Wird das richtig knapp. Oh Gott, oh Gott, wird das knapp. Los geht's und deine Mama! Aber sofort! Mama, 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 Mama. Was mache ich hier? Ja! Panik, Panik! Oh, so. Es war gerade unnötig lang. Okay, dann würde ich sagen... Ähm... Menü... Ja... Ähm, dann würde ich sagen, das war's das mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!